Wäre nicht das Auge sonnengleich, Goethe, das Schauen, noch nicht das Erkennen, aber das Schauen des Anwesenden ist unverzichtbar mit der Lichtmetapher, mit der metaphorischen Erkenntnismetapher verbunden, denn würde es nicht Licht geben, egal ob durch das Auge erzeugt oder von außen ins Auge hineinwellend und dann gebrochenwehrend, gäbe es nicht diese Anschauung des Fotos der Welt.